Äh, geht's nirgendwo weiter? Irgendwelche Erzadeln gibt's auch nicht. Äh, hier gibt's ja nur Frisaline. Oh Gott. Die nehmen wir noch mit. Die waren alle leer. Und hinaus. Hallo? Da wird's auch schon wieder dunkel langsam. Ja, ich würd sagen... Dann... ...lassen wir uns das Geld auszahlen. Oh, ist schon wieder dunkel. Meine Güte. Ja, ich hab also festgestellt, das Schnellreisen, gut, das verkürzt die Dauer der Reise natürlich für den, der spielt. Aber die Zeit läuft weiter. Und hier... Was liegt denn hier? Na, lassen wir mal. Wo ist denn der? Ist der hier irgendwo? Ja. Da ist der. Drachenfestival-Gemäldchen? Oh, oh. Huh. Hier war ich noch nie. Naja. So, als Tage dürfen wir Blümchen pflücken. Da ist er drin. Aha. Hey, du Schlafwitze. Das ist okay. Noch ein wertvolles Buch. Ne, sieht nicht so aus. Aha, kann sich alles stehlen. Naja. Naja. Kannst auch stehlen. Das nicht. Das ist kein still. Nehmen wir den mal mit. Mögen die Göttlichen euch segnen. Über den Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ich möchte ein Hausnerstück auf 5000 Goldstücke. Oh, 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 oh. Da müssen wir auch sparen. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwähnt. Ja. Hier ist eure Belohnung. 100. Gut. Ach komm, erzähl mal so was. Weißlauf. Unsere wundervolle Stadt hat eine stolze Geschichte. Ich will euch gerne erzählen, was ich darüber weiß. Die Geschichte von Weißlauf beginnt mit Jorvaskre, der Halle der Gefährten. Sie war lange Zeit das einzige Gebäude, das den Berg zierte. Mit der Zeit wuchs um Jorvaskre eine blühende Gemeinde heran, wie das bei Mäthallen so oft der Fall war. Heute gilt Weißlauf als das Juwel von Himmelsrand. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass sie die größte Stadt von allen ist. Mhm. Also, es gibt insgesamt drei. Und sie sind in drei Ebenen aufgeteilt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Der Tieflandbezirk verdankt seinen Namen der Nähe zum Flachland, das die Stadt umgibt. Dort findet man das Gasthaus und den Marktplatz. Der größte Teil der Stadtbewohner lebt im Windbezirk, dem mittleren Teil der Stadt. Drachenfeste liegt im obersten Bezirk, den wir auch den Wolkenbezirk nennen. Von dort aus überblickt der Jarl alles, was in seiner Stadt geschieht. Aha. Warum heißt die Burg Drachenfeste? Das ist eine alte Geschichte, die allen gut bekannt ist. Mir nicht. Vor langer Zeit gab es unter dem Nord einen wächtigen Helden namens Olaf ein Auge. Olaf kämpfte gegen den furchterregenden Drachen Numinex. Der Kampf zwischen Olaf und dem Drachen gipfelte in einem gewaltigen Zweikampf, den Olaf hoch auf der Spitze des Berges Amthor für sich entschied. Olaf kehrte triumphierend nach Weißlauf zurück. Auf sein Geheiß wurde die Festung der Stadt als Gefängnis für Numinex neu ausgebaut. Und so kam es, dass unsere großartige Festung seit diesem Tag den Namen Drachenfeste trägt. Numinex klingt so ein bisschen nach Plastik-Sprengstoff. Aber ich glaube, das ist Semtex, was wir jetzt sagen. Ja, okay. Das ist auch okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Das haben wir jetzt abgeliefert, die Quest. Mal gucken, wo es hier geht. Oh, hallo, Wache. Ach, hier schläft der, ja. Oh. Ich glaube, wir gehen mal wieder raus. Jo. Noch sind wir nicht auffällig geworden. So. Oh, den nehmen wir mit. Oh, zu schwer. Ich bin zu schwer. Lydia. Muss was für mich tragen. Ah, ähm. Lydia hat ein Stahlschwert als Waffe. Gut. Gewicht. Kriegst du eine Stahlrüstung. Mal gucken, ob ich den verbessert kriege. Ich bin mir noch nicht sicher. So. Dann mal los. Ja. Was sind alle? Niederw- Die Wolfskönigung? Wer 30? Macht das buff. Nee, das macht nicht buff. Okay. Dann legst du da hin. Hm. Frau des Häuser. Himmelsrand für Entdecker? Klingt gut. Komm, lesen wir einfach mal durch. Mal blättern. Karte aktualisiert? Aha. Ja. Okay. Na gut. Okay. Mal kröten nehmen wir auch noch mit. Gut. Haben wir noch irgendwas zu entzaubern? Ich glaube nicht. Mal nachprüfen. Nein. Nein. schläft. Boah. Nehmen wir doch. Nicht auch noch ein Steinchen. Gut. Ciao. Hahaha. Was ist hier? Oh. 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 Komm nicht dran. Mist. Hängen so tolle Sachen. Nee. Ach, scheiß Teller. Ja. Ja. Ach, scheiß Teller. Wie geht's denn hier lang? Wie geht's denn hier lang? Nee. Ja, außen wohl mit Dienstzitter, ne? Roter Apfel. Klar. Oh, Salz nehmen wir. Salz ist seine Zutat. Noch mehr Salz. Na. Na. Oh, Mann. So, na. Ja, wie mehr ich. Aber komm ich denn da draus? Oh, hallo, wer bist du denn? Gerda. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein. Oh Gott. Ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl Design. Und macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht mal einen sauberen Boden. Ja, ist klar. Öffnet Tür. Ah, nee. Dann hieb sie doch aus. Ach. Guck mal, wo ich gelandet bin. Proventus Aveniki. Ja, hier waren wir ja schon. Ähm, hier hoch. Sehr schön. Ist doch mal ein Schränkchen. Super. Ist hier noch was? Nee. Okay. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Wir haben unsere Kohle kassiert. Und dann schauen wir. Was machen wir als nächstes? Questlog. Wir könnten doch mal mit dem Anführer der Gefährten sprechen. Ja, machen wir das mal. Und dann, wenn wir das gemacht haben, den Gefährten, dann gehen wir mal den Weg der Stimme nach. Bin ich mal gespannt. Das sind die, die in Jowaskr oder so, wie das heißt. Jowascha, Jowaschkr. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Es ist wieder so weit. Video ist voll. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. So long und bye bye.